In der Mitte des Komassees, dort wo sich der See quasi kappelt, liegt der Touristen-Hotspot Piratschow. Zwischen Seeufer und dem höchsten Punkt auf einem Hügel gibt es zahlreiche Treppen mit traditioneller Pflasterung. Die meisten Touristen stoppen daher lieber in einer der zahlreichen Restaurants mit Piraten. Wartest du? Hinter dir, komm. Geh ein paar Stufen, ich geh ein paar Stufen hinter dir. Nummer 2. Die Flage der Wartestin. Die Flage der Wartestin. Die Flage der Wartestin. Werder dein Hinblickort passado. Der Wartestin. Der Wartestin. Über die Flage der Wartestin. Kalab. Sie Entre. Nur ums Neck. In der Wartestin. Er braucht eine Stufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.